hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft von tausio und ich bin immer noch diesen komischen chipper karen und werbe von irgendwelchen tölbidischen hongskiern was habe ich mir nur getan stimmt ich bin schlau sie und da gucken wir mal und gucken mal was hier schönes gibt vor allem die karen ja kursi sollte auch immer gut gebrauchen haupten die habt ihr schon ein paar uah bahn sind fehlt habe ich mir eigentlich drei herzen mehr das ist nicht hm das ist besser das ist komische decke linie weg ja ich habe da sonst keine wahnung hm oh scheibenweife ich bin wohl verfliegt hm hm die komische statu ich bin ja ich bin ja ich bin ja was ich noch auf die teile bringen aber ich lasse nicht hm das ist alles so und weil die ja eigentlich eigentlich mal her losgehen das sind ja voll mit allen shit das wollte ich jetzt weg und auch das da dann geht es klar Ich mach mal. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg. Das weg. Das weg, das weg. Das weg, das war ein Mensch. Arsch, da brauchte ich noch. Arsch, da brauchte ich noch. Arsch, da brauchte ich noch. Ich kann noch, da brauchte ich noch. Auch ein paar ok Menschen. Ich will ein wenig ausleeren, zu können. Ich wäre von einem zu können. guck mal, schießt der noch nicht. Nee, guck mal in dein Inventor. Wieso? Achso. Du hast mir noch was zugeschmissen? Ja. Ah, cool. Da kam was um die Ecke, ne? Dankeschön. Tut's noch mit oder was? Achso. Oh, da war ich hier. Da war's nicht. Ja, ich war in der Prüfer. Hm. Oh, hey! Ich habe mir noch mal einen rauch. Ich hab's mal dran, wenn ich... das was, ich hab' die Bilder, aber so braucht man ja mitnehmen. Bilder ja. Ich brauche kein Bild, um den Teufel zu sehen. Ach, man sollte nie glauben. Da kommen ja erstmal die ganzen Köpfchen. Ich brauche nur die Kohle und mit. Ich brauche immer noch die Kasten. Kann ich immer noch die hohe Fleiß im Abort haben oder okay? Wann ist die Kraft gut groß? Verläuchte dich doch doch zu dieser Arm. Ich frage mich wie das der Kapitän aushalten kann. Da muss doch bestimmt in der Amt haben wir den Zufall vergangen hier. Meine Ahnung. So, hier lang, hier lang, hier hoch, hier rüber und jetzt wieder rüber. Oh, jepi, jepi. Hast du noch ein Unterstattung mitwegt? Nö, kann nicht. Ich lief. Ich kann eine schöner. Von... Doktorlo. Äh, Wolle? Ich glaube, das war jetzt übertreiben. Also alleine von den DIA Backpack ist eine Reihe nur mit Wolle. Oh, scheiße. So. So. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie eine Frage noch. Alles klar, ich bin so weit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich weiter auskomme. Oh, mach doch mal den Kanal nicht. Ich bin nah am Nervenzusammbruch. Du auch? Geil, ich habe als Fledermaus, habe ich nicht drei, sondern ein, zwei, vier Harten und dreieinhalb gelbe. Ja. Ich bin ein Fledermaus stärker. Als normal. Hm. Krass, oder? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung warum. Ich bin ein Fledermaus. jawohl ich habe mir die rolle kommt du hast ja geblendert oh ja ein schritt weiter also wenn ich wundere was ein erbärmliches doofes miauzen im hintergrund ist also unsere katze die wieder mal das maul zu weit aufreißt oder die einfach keinen unterschied macht ob es tag nacht ist oder ob wir gerade aufnehmen aber ziemlich geiler bug das ist kein bug. Da ist ein Dungeon. Ja, ich weiß. Pegas spawnt das Dungeon. Ne, du weißt doch wie das mit der Mutter ist. Ah, stimmt. Das Spawn heißt, ich spawne morgen und wenn es nicht klappt, dann halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich falsch bin. Aber egal. Die kriegst man schon auf 3 und du tippst jetzt gleich bei der Klappe. Genau, ja, das krieg ich mal klar. Oh, je, je, je. Halt die Klappe. Ich kratze mir um Beben. Beben, die Katze kommt her. Geil. Halt jetzt die Kuschel. Mau. Ja, du hast recht. Mau. Was habe ich mit der Katze am Hut? Do it. Ja. Das geht aber noch gut oder was? Weißen? Irgendwann hat er gerade gefliegt. Okay, frag mal, wann die nicht da ist. Nee. Faktor. Können wir es eigentlich einmal schaffen, anständige Folge oder Stream durchzuziehen? Ich gucke doch auf den Fußboden und sage dazu nein. Nein. Das war aber so. Nein. Nee, das war wirklich nicht. Ich bin auch immer wieder lang. Ja. Ja, verlebt. Ja. 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 Ich hab mir mal Kind und Geh. Ja, ich hab mir ja mal ein alter großartiger. Ich hab ähh. Ich hab ähh. Ein Dungeon, der nicht von schlechten Alter ist. Dann gehen wir mal. Was? Ja. Es gebe Nochmal Gott einen Überblick. Auf. Oh. Oh. Oh, Oh. Oh, Oh, Oh. Scheiße, wie komm ich mir wieder raus, Leute? Ja, genau. Noch eins. Andere Welt. Ach ja. Du weißt, ob ich bin, dass er in unserer Partei noch mal. Mh. 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 Wir haben 3 Leute und eine Ingenieurin Also diese Welt ist relativ schwer gebohrt Oh, guck mal was ich hier gefunden habe Wieso greifen? Achso, ich muss das sagen Ich werde wieder ganz angst Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. 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 Ich hab was Neues. Schild und Schwerd in einen. Ja. 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 Ja.